Hier ist jetzt eine Video-Installation von Britta Schopf. Papa, kannst du das halten? Aber dazu muss man natürlich hören, was da über die Lautsprecher kommt, sonst ist es nicht komplett. Das hört sich ungefähr so an. Pauli, ist es gut oder ist es schrecklich? Gut. Und was ist so gut daran? Nein. Also es ist nicht gut, dann. Lass Philipp es hören. Nein! Nein, okay. Ja, also sehr kreativ, schräg, seltsam, offensichtlich mit Stock Motion aufgenommen. Sehr viel Arbeit ist hier reingeflossen. Mal gucken, wie der Philipp darauf reagiert. Oh. Don't pull it, Pauli. Otherwise, it breaks. Oh. 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 Vielen Dank.